Hallo Leute, Matthew hier und wir sind immer noch an der selben Stelle bei Metro 2033 wie gestern und vorgestern. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich das hier machen soll. Mal starten. Es ist wirklich... Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie ich das jetzt hinbekommen soll. Bei Bombi hab ich das Gefühl bald, dass ich da lang muss, weil da laufen so viele lang. Oh mein Gott. Och nö, wieso klappt das jetzt nicht mehr? So, die drücken weiter. Was ist denn der Ziel der Ausgang? Ja. So, also erstmal Tisch. Achtung und jetzt. Dann noch Tisch. Hm, der steht noch. Wieso steht der noch? Ich glaube, der hat da einfach im... Ah. Na, das war's. Der rennt natürlich jetzt los und alarmiert seinem Leute. Aber diesmal werden sie es nicht so einfach machen. Diesmal könnt ihr hier Granaten schlucken, hier Säcke. So viel wie möglich könnt ihr diesmal schlucken. Das werdet ihr sehen und dann seid ihr alle dran. So. Falls ihr jetzt noch lebt, dann... Leckt mich. So. Jetzt machen wir erstmal Tisch. Weißt du, halt... Ist da ein Scharfschütze oder was? Ich will wissen, wo der Scharfschütze ist. Boah, Junge. Merkt das doch einfach nicht. So wenig Munition ist das so ne Sache. Ah, danke. Jetzt diesmal nicht. Ah, da ist der andere. Verdammte Säcke, ihr habt mich schon wieder entdeckt. Wieso macht ihr sowas? Wieso guck ich jetzt nicht mal auf die Karte, ob ich da überhaupt wirklich lang muss? Ähm. Jo, doch, ich muss da lang. Jo, nochmal. Tot. Tot. Jo,أ. Frau. Hör. Hör. Ich Sachf. So, ich glaube, die haben mich wieder entdeckt. Das soll uns aber diesmal nicht weiter stören, denn wir haben hier eine Granate. Und damit haben wir... Oh, Granate. Es ist schön, dass ihr euch... ...hört. Hier warten wir diesmal. Da. Hm. Verdammt. Komm hier durch. Hm. Verdammt. Was? Oh, ne. Das hatte ich doch schon so ein paar von denen. Die Stelle ist doof da hinten. Da wisst... Da wisst du zwar einige, aber die... ...und wir es halt nochmal so... ...eins wie so, nicht gleich so. Bäm. So. Hab ich sie jetzt alle... ...wenn ich... ...hab ich den überhaupt erwischt. Zumindest der ist jetzt erstmal tot. Und so. Dich auch noch. Und dich und dich und dich. Dann nehmen wir natürlich wieder ein paar Granaten. So. Und so. Und so. Und dann rennen wir mal ganz schnell hier hinter. Und hoffen, dass sie uns hier reinfallen. So. Ich wollte da jetzt mehr nachladen, aber egal. Ist der tot? Scheint so. Äh. Ne, nicht. Ne. Ne. Nur mal probieren. Verdammt. Ich hab meinen einzigen Schuss und den verknall ich natürlich. Pff. Oh. Ah. Mann. Das gibts doch nicht. Gibt es nicht. Komm, aktivieren wir gleich hier. So. Dich nehmen wir auch gleich mit. Dich nehmen wir natürlich auch gleich mal mit. Dann nehme ich mal gleich ein paar Granaten. So. So. Dann nehmen wir das hier. Und dann schreiben wir nach. Oh. Oh. Nachladen. 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 Danke. Danke. Weißt du, dass die da ungünstig ist? Oh. 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 Danke. Da sind noch ein paar. Gut. Oh. Schlecht. Weil ich hab noch die Gasmaske auf. Ah. Dahinten sind die. Verdammt. Doch. Einer kommt. Einer kommt.